Die kalte Jahreszeit ist traditionell auch die Zeit der Hallenturniere. So wurde in der Stadthalle Weißenfels der fünfte Fortschritt Cup ausgetragen. Angefangen war das vor fünf Jahren mit einem ganz einfachen Turnier, relativ ruhig, mit sechs Mannschaften. Wir haben uns Jahr für Jahr gesteigert auf acht, beziehungsweise jetzt die letzten zwei Jahre zehn Mannschaften. Dieses Jahr umso schöner, dass wir begrüßen können den BFC Dynamo Berlin mit der zweiten Mannschaft. Da wir sonst eigentlich an diesem Wochenende immer in Berlin bei dem Traditionsturnier waren, was dies Jahr leider ausfällt durch Belegung der Halle, hat sich Berlin bereit erklärt, uns zu besuchen. Dafür schon mal herzlichen Dank. Wir haben sehr weit angereiste Mannschaften mit unseren tschechischen Freunden um den ehemaligen Spieler Peter Kriwan vom Elfkatschewski-Nestemize, Gäste aus Thüringen mit München-Bernstorf, aus Anhalt mit Wörlitz. Um nur einige zu nennen, der Rest sind bekannte Vertreter aus der Landesliga, beziehungsweise aus der Kreis-Oberliga Burgenland. Wie gesagt, immer eine schöne, runde Sache. Zuschauer bis jetzt sind soweit in Ordnung. Jetzt müssen wir hoffen, dass das Turnier ohne Verletzung über die Bühne geht, mit reichlich Toren und viel Freude für die Zuschauer und Spieler. Über alle Spiele gerechnet, wurde das Runde 98 Mal im Eckigen platziert. Zu Beginn war offen, wer das Turnier für sich entscheiden würde. Beim Auftaktspiel gegen Brachstedt unterlag der 1. FC mit 0 zu 2. Im wirklichen Favoriten haben wir nicht, weil ich muss sagen, das Teilnehmerfeld ist doch relativ ausgeglichen. Man kann wirklich die Spielfähigkeiten vom Rasen nicht unbedingt in die Halle projizieren. In der Halle ist es meistens so, dass sich Mannschaften herauskristallisieren, die technisch starke Spieler haben. Mein Favorit ist die Mannschaft von Peter Kriwa und vom FK Neste Mitte. Das sahen die Spieler allerdings anders. Der BFC Dynamo Berlin bezwang Blau-Weiß-Dölau und sicherte sich dadurch Platz 3. Zum Finale traf erneut Brachstedt auf den 1. FC. Der Pokal ging an die Weißenfelser. Die Männer des FK Neste Mitte konnten sich nur in einem der vier Vorrundenspiele durchsetzen. Es gibt Verbindungen dahingehend, dass wir in unseren Trainingslagern in der Tschechei mit Masse gegen die Mannschaft von Petter spielen, gegen Neste Mitte. Das hat sich jetzt über einige Zeit schon aufgebaut, die Bindung. Und wie gesagt, wir unterstützen das auch gerne, wie heute mit der Aktion von Neste Mitte. Immer willkommene Gäste und wir sind dort auch immer willkommene Gäste. Von daher erübrigt sich dann jede weitere Frage, warum die dabei sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017